Hey, ich war Ratsplay und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier im Bussimulator 18. Ja, wie in der letzten Folge besprochen, fahren wir heute die Linie 5 im Rundfahrmodus. So, Rundfahr an, das passt. Genau, heute fahren wir mit diesem Bus und ich würde sagen, fahren wir bei sonnig und regnerisch. Heute ist ein nationaler Feiertag. Mehr als sonst werden wir den Bus nehmen. Das freut mich aber. Ja, schau, der glitscht schon wieder so komisch. Lustig ist halt auch, mein Bus ist nass, obwohl er nur in der Garage gestanden ist. Oh, so geil. So, dann fahren wir mal wieder den Motor. Da sind die Gänge. So, machen wir die Lichter an. Ich mag das eigentlich so dunkel. Ich bin ein dunkler Typ. Machen wir Fernlicht an, das machen wir an. Obwohl, warum brauche ich Fernlicht? Wer verwendet schon Fernlicht? So, so und so. So machen wir das. Da haben wir nix. Ja, feststellbremse. Das sollten wir noch lösen. Passt. Wir wollen dann Scheibenwäscher anmachen. Passt. Heute werden wir auch einem Kollegen begegnen. So, erste Haltestelle. Riksdötso. 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 Also du bist kein Senior, aber egal. Ich verkaufe dir noch einen. So. Dann haben wir das. Jetzt prüfen wir da noch mal. So. Ja. Da hab ich schon mal ein Schwarzfahrer erzappt. Ah, die sind noch nicht entsperrt, fällt mir grad an, weil die nicht drauf gegangen sind. So. Weiter geht's zu Okwil-Zentrum. Aha. Ich hab's einfach drauf, Leute. Oh, bitte schnell mal. Ja, wieder schauen. So. Oh je, das wären viele Tickets. Nur mehr einige. Zwei ist nicht viel. So. Oh. Ihr wollt's mir ja alle floppen. Einzel-Senior-Zwei-Tickets. Ja. Junge, wollt's mir hier umbringen. Oh, besser ist es. Oh. Ich bin weg. Eine Minute Verspätung. Eine Minute Verspätung. Na ja. So pünktlich war's jetzt nicht, aber egal. So pünktlich war's jetzt nicht, aber egal. Oh, ich bin weg. Wochestandard einmal. Zwei Euro zurück. Dann kriegst du so viel zurück. Ist jetzt noch einer? Nee. Junge, wer macht da so einen Stau? Oh, ich drängel mich da gleich. Das wird jetzt ein teurer Unfall. Doch, ne. Ich bin zu gut für das Game. So. Da ist nächste Station. Oh, kommen Sie bitte schnell rein und schnell raus. Jetzt mach ich aber dann wieder eine Kontrolle. Oh, Einzel-Drei. Schön. Drittel. Drittel. Kein Ding. Ist jetzt alle jetzt schon drin? Jetzt kann keiner rein und raus. Na klar. Na klar. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Wo hab ich... Na klar. Hier bitte. Da alleine ab. Augenblick da. Hier bitte. Na klar. Hier bitte. Na klar. Hier bitte. Hä? So, du bist jetzt meine letzte Enttäuschung bist du. So. Better geht's. So. 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 Uh. Das stimmt Ihnen hier so. Nee. Oh. Fall. Wir werden doch in eine falsche Station reinfahren. Schlagloch. Ich bin halt so gut, schaffe ich diesmal den Kreisverkehr. Ohne einen Schaden. Man funkelt, man munkelt. So. Ja, sieht schon mal gut aus. Ja, 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 ja. Aha. Juhu. Juhu. Sieht sich perfekt aus. Ja, ganz bescheuert im Dialog nur, um die Stille zu überbrücken. Ja, das machst du gerade, so. Oh. Bid, blid. So. Ich fahre da gerade irgendwie sehr schlecht, aber egal. Ah. Oh. Oh. Oh, oi, oi. So. Wieder alles einsteigen. Junge, wie viele wollen da bitte rein? Ja, ich brauche auch eine Fahrkarte. Ja, ich brauche auch eine Fahrkarte. Ich brauche auch eine Fahrkarte. Oh, nächster. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Junge. Wie doof muss man sein, mit einem 20-Euro-Schein eine 2,80-Karte zu zahlen? So. Nee, das akzeptiere ich nicht. Wer ist es? Wer hört hier so laut Musik? Gibt's nicht. Also machen. Mit einer Ticketkontrolle. Oh, du glaubst, du kannst dich da hinten verstecken, gell? Ah, musst dich gar nicht verstecken. Solange, wie du da noch drinnen bist. In diesem Bus. So. Vergessen, der ist das Schmier. So. Und weiter geht's. Oh, da macht die KI ein paar Faxen. Da werde ich jetzt nicht warten. Ich bin ganz locker vorbei. Ah, da ist der Kollege. Grüße. So. Jetzt haben wir mal eine Richtung gemacht. Die nächste Richtung erspare ich euch. Und wir sehen uns jetzt dann bei den Statistiken. Also bei der Auswertung von der Strecke. Stun. Da bin ich wieder. Ja, also so schlimm. Neues Red, neue Farbe. Schön. Ich meine, fast vier Sterne fahrt. Also bitte an einem Feiertag. So, und jetzt sollten wir das erledigt haben. So ist es. Und nun kommt der östliche Bezirk. Let's go. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüsse zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen dürfen. Bildlich gesprochen, versteht Sinn. Wir haben schon ewig keine echten Flüssel mehr gemacht. Egal. Wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nachverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir uns das gleichzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen schlimmen staatlichen Zuschuss versprochen. Okay. Okay, wir brauchen jetzt unbedingt einen Erdgas-Bus. Wie viel? 300.000 kostet doch da der erste, oder? Und wir müssen nochmal Level 9 werden. Aber das werden wir wahrscheinlich eben in der nächsten Spannung. 330 sogar. Okay, wir müssen jetzt viel sparen. Eine neue Linie erstellen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann die auch fahren, machen wir auch in der nächsten Folge. Und dann spiele ich ein bisschen weiter. Okay, und dann auf der Linie darf nur ein Erdgas-Bus fahren. Und auf den wäre mal spannend. Da werde ich vielleicht dazwischen ein bisschen spielen, wenn es sich nicht ausgeht, was es wahrscheinlich tut. Dann war es auch dieses Mal mit dem Bussimulator 18 Xbox One Edition. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung teillassen, den Kanal abonnieren. Mein Ziel sind bis Anfang Juli die 100 Abonnenten. Wenn du mir also dabei helfen möchtest, abonniere doch sehr gerne den Kanal. Ja, das war es von meiner Seite. Bis dahin. Tschüss.